Antonia ist wahrscheinlich bald im Playboy. Eine Kandidatin fühlt sich betrogen. Wir haben uns nicht kennengelernt. Ich war bestellt für dich. Ich habe mich gefühlt wie ein Stück und so weiter. Ich war bestellt für dich und du hast alle Interesse gehabt, nur nicht für mich. Wie haben wir uns kennengelernt? Und es gibt leider einige traurige Nachrichten. Habt ihr euch nach der Hofwoche wieder gesehen? Nein, wir haben uns definitiv nicht wieder gesehen. All das und noch einiges mehr gab es beim großen Wiedersehen von Bauer sucht Frau 2022. Und da ich da jetzt schon die ganze Zeit drauf gewartet habe, werde ich das natürlich wieder kommentieren, parodieren und analysieren. Wie immer gilt, alle Folgen gibt es auf RTL Plus. Und falls du das Wiedersehen gar nicht kennen solltest, da kommen wirklich nochmal alle Bauern und möglichen Paare zusammen und unterhalten sich ein bisschen. Und dann werden die ganz großen und wichtigen Fragen geklärt. Ich freue mich auf die anderen Gesichter, was so passiert ist, auf die Geschichten und wie allen Ergang ist. Da freue ich mich schon mega drauf. Ich lasse mich einfach überraschen, was passiert. Und ich denke schon, dass bei einigen was gefunkt hat und dass da die Liebe entstanden ist. Stimmt. Und bei einigen anderen auch nicht. Und manchmal merkt man das sogar schon an der Anreise. Denn irgendwie waren die ersten Bauern alle alleine da. Der erste, der ein bisschen im Rampenlicht stehen durfte, das war dann Erik. Du erinnerst dich wahrscheinlich noch an ihn. Ihm ist ja seine Julia weggelaufen. Und das ehrlich gesagt mit einer ziemlich schlechten Stimmung. Und ich glaube, Erik hat auch jetzt ein bisschen Angst vor ihr. Und wie freust du dich, sie heute wieder zu treffen? Ja, na, gemischte Gefühle. Ich hoffe ja, dass wir wie erwachsene Leute drüber stehen können. Erik. Als Erwachsener. Okay, weiß ich jetzt nicht, wie realistisch das ist. Und ich weiß auch nicht, wie realistisch das ist, dass Julia nicht mehr wütend ist. Aber erstmal wirkte sie eigentlich ganz positiv. Weiß ich noch gar nicht so richtig, wie das Aufeinandertreffen jetzt wieder so wird. Und ich lasse mich einfach überraschen und schaue jetzt mal, wie das alles kommt. Na gut, immerhin hat sie schon mal keine Reitgärte dabei und sie sah jetzt auch nicht so aus, als würde sie Erik gleich ein Ohrfeige geben. Dementsprechend war die Begrüßung zwischen den beiden eigentlich okay. Halt so wie unter zwei Kollegen, die sich wirklich nie besonders gemocht haben und sich dann im Weihnachtsschlussverkauf bei Karstadt wieder treffen und feststellen, dass sie das gleiche gekauft haben. Hallo. Hallo, Ren. Hallo. Willkommen, Erik. Hallo, Erik. Hallo, Moin. Na, hallo. Wie geht's dir? Dass die beiden jetzt wahrscheinlich aber kein Liebespaar sind, das ist natürlich den anderen Bauern auch sofort aufgefallen. Und deswegen wurde nochmal so ein bisschen nachgefragt. Und Erik kam dann auch gleich wieder in Erklärungsnöte. Habt ihr eine tolle Woche verbracht so oder? Ja, mit Höhen und Tiefen. Wie würdest du das beschreiben? Ja, wir haben die Woche miteinander verbracht, ja. Mhm, sie haben die Woche miteinander verbracht. So kann man es auf jeden Fall sagen. Die beiden waren dann auch die Ersten, die nochmal zu Inka durften. Und Inka hat sie dann nochmal ein bisschen interviewt. Und da machte Erik eigentlich wieder einen ganz positiven Eindruck. Nur die Frage, wie lange das dann anhält. Ja? Sehr gut sogar. Ja, sehr gut. Ja, der schlechten Leiden geht es immer gut. Boah, also ich muss ja ernsthaft sagen, Eriks Sprüche habe ich echt vermisst. Überhaupt nicht. Aber wie auch immer, Inka hat dann ja auf jeden Fall noch ein paar Fragen gestellt. Und Eriks Erklärungen waren wieder nur so mittel. Was hast du falsch gemacht mit der Julia? Boah, das weiß ich auch nicht. Ich denke mal, die Situation hat mich ein bisschen überfordert. Ja gut, Erik. Und ich muss jetzt ja auch sagen, ich finde Julia jetzt nicht irgendwie super sympathisch oder so. Aber ich würde sagen, einfach nur die Situation hat dich überfordert. Ist vielleicht ein bisschen einfach. Julia hat sich dann insbesondere darüber beschwert, dass er einfach während der Hofwoche nicht mehr so nett war. Genau, zum Scheunfest. Da warst du offen. Da warst du da. Und das war alles so überschwänglich. So schön, gell. Und dann kam ich dann bei dir an. Und dann warst du immer so ruhig. Allerdings war Erik nicht immer ruhig. Leider. Denn es gibt da noch eine Sache, die bisher noch nie gesagt wurde. Die Julia aber offenkundig doch sehr gestört hat. Und ich muss ehrlich zugeben, das kann ich in dem Falle sogar gut verstehen. Es gab schon Momente, die mich immer wieder geärgert haben. Nicht zum Scheunfest. Da habe ich zum ersten Mal wie seine Ex-Freundin genannt. Und da habe ich gedacht, okay, er ist aufgeregt. Alles gut. Aber wenn es dann halt zu Hause noch zwei, dreimal passiert und nicht nur einmal. Nein. Das tut dann halt auch weh. Dann sage ich halt auch, okay, ist er vielleicht noch nicht über diese Frau hinweg. Uff, da kann man bei denen ja fast froh sein, dass es nie zum Geschlechtsverkehr gekommen ist. Weil wenn er auch noch den falschen Namen gestöhnt hätte, wäre das, glaube ich, gar nicht so gut gewesen. Aber jetzt mal, Erik, so unter uns. Wie zum Teufel kann einem das passieren? Hängst du noch so hart an der oder was? Also ich hänge hier mit keiner Silbe mehr hinterher. Und das hat mich am meisten traurig gemacht. Wenn mir sowas passieren konnte von mir selber, bin ich da sehr enttäuscht. Oh Gott. Also Erik ist wirklich schon eine ganz besondere Nummer. Aber das war es dann auch erst mal schon von den beiden. Zum Glück hatte Inke aber noch einen richtig guten Tipp von Erik. Und ich bin mir sicher, den wird er sich wieder überhaupt nicht zu Herzen nehmen. Und nächstes Mal, wenn du eine Frau auf dem Hof hast, guck dir noch mal den Namen an. Nicht noch Salz und Wund gestreuen. Nein, mache ich nicht. Nein, nein. Wer in der Zwischenzeit auch angekommen war, das sind Annalina und Ulf. Und da merkt man schon, ja, da geht ja auf jeden Fall noch was. Wobei, ich habe es ja schon in der letzten Folge gesagt, ich bin echt neugierig, ob die jetzt noch zusammen sind oder nicht. Ich habe mich rundum wohl gefühlt so auf dem Hof. Also ich wurde da ja auch total nett aufgenommen und alles. Und, ähm... Urlaub auf dem Ponyhof. Urlaub auf dem Ponyhof. Du hast dich doch gut gefühlt. Ja, wir sind jetzt glücklich zusammen. Das ist schön. Ja, toll. Max und Anna finde ich ganz süß. So habe ich mir das eigentlich vorgestellt. So wollte ich heute hierher kommen. Ach, schön. Aber es gab ja noch ein paar andere Traumpaare. Und wie ist das eigentlich mit Michael und seiner Mandy? Weil die beiden waren ja auch wirklich mega verliebt am Strand in ihrer letzten Folge. Davon ist aber laut der Begrüßung irgendwie nicht mehr ganz so viel übrig. Hallo. 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 Morgen. Na, Mandy, wie geht's dir? Ich bin gut, danke. Ich habe ja ein ganz tolles neues Outfit. Ja, danke. Hallo. Grüß dich. Hallo, ich bin der Theo. Hallo. Boah, das klingt jetzt echt nicht so gut, oder? Und die waren dann auch direkt bei Inka. Und ich bin ehrlich, ich konnte mir wirklich nicht vorstellen, dass die es nicht geschafft haben, ihre Liebe zu retten. Aber dann gucken wir doch einfach mal. Seid ihr zusammengekommen, ihr beiden, Mandy? Wir sind nicht zusammengekommen. Nein, wir waren in einem Hotel, ne? Mhm. Okay, also offenkundig nicht zusammen, aber dann haben sie es wenigstens versucht und noch weitere Brote der Liebe gebacken, oder nicht? Habt ihr euch nach der Hofwoche wieder gesehen? Nein, wir haben uns definitiv nicht wieder gesehen. Okay, ziemlich überraschend. Und Michael hat dann auch gleich mal versucht zu erklären, woran es denn gelegen hat. Aber ich muss sagen, seine Erklärung, die war richtig, richtig blöd. Wir haben uns jetzt heute, sehen wir uns das erste Mal wieder. Ja, ja. Ach, echt? Ich hab ja erklärt, dass ich nach der Hofwoche viel, viel gearbeitet habe. Und wir haben uns geschrieben und telefoniert. Und, ähm, ja. Ach so, Arbeit auf dem Hof war so wichtig, dass man sich nicht einmal zwischendurch sehen konnte. Alles klar. Mandy hat's denn, wie ich fand, übrigens noch desaströser ausgedrückt. Also gerade ihr erster Satz ist wirklich ein Schlag unter die Gürtellinie. Man ist zur Besinnung gekommen, man hat nachgedacht, ähm, ja, wir haben das dann schon besprochen. Und haben eben beide gesagt, dass es doch nicht die Liebe fürs Leben ist. Hui. Und man merkte dann, fand ich auch, dass Mandy ziemlich getroffen war. Denn dieses Arbeitsding, also dass es deswegen nicht ging, das hat sie wohl wirklich sehr beschäftigt. Und an dieser Stelle auch einfach mal völlig zurecht. Alleine diese Argumentation, ich muss jetzt sechs Wochen arbeiten, das verstehe ich. Jeder muss arbeiten. Aber danach hätte ein Michael sagen können, Mandy, pass auf, jetzt treffen wir uns ein Wochenende und reden einfach. Genau. Das wäre die Realität, hast du komplett recht. Hat sie auf jeden Fall recht. Und man sieht's ja auch, Michael ist da auch irgendwie ein bisschen am Weinen. Und dann stellt man sich natürlich die Frage, waren denn die Gefühle, die da gezeigt wurden, wären der Hofrohr jetzt überhaupt echt oder nicht? Darauf gab's dann aber immer eine positive Antwort. Die Emotionen waren da und es waren auch total Gefühle. Zu dem Zeitpunkt würde ich auch sagen, die waren auf jeden Fall echt. Weil sowas kann man nicht spielen. Die Emotionen sind da oder sie sind nicht da. Aber okay, dann nochmal. Ihr hattet doch wirklich echte Gefühle. Und ihr seid jetzt auch in einem Alter, wo man sich nicht mehr unbedingt verhalten muss wie ein Teenager, der beleidigt ist. Also Michael, erklär uns doch jetzt bitte mal, was da zum Teufel passiert ist. Da hätte man sich trotzdem nochmal treffen können. Aber ich hab's nicht gemacht und jetzt muss ich auch mit der Konsequenz leben. Man muss das jetzt, glaube ich, alles mal einmal ein bisschen sacken lassen, diese ganze Geschichte. Absolut. Aber so ist das Leben. Das ist Abschlusswort. Ich glaube ja. Vielen Dank für das Gespräch und vielen Dank für das Ganze. Danke fürs Mitmachen. Danke dir. Prost. Krass irgendwie. Aber vielleicht gibt's da ja doch nachher noch einen etwas anderen Punkt. Wir warten auf jeden Fall mal ab und schauen uns als nächstes Mal, wenn auch nur ganz kurz, Patricia und Jörg an. Denn die sind in dieser Folge auch wieder dabei und verraten nochmal ihren ganz aktuellen Status. Ich bin einfach mega glücklich, dass wir heute hier zusammenstehen und das ist alles real. Das ist einfach schön. Cool. Und an dieser Stelle muss ich ganz kurz mal eine Erklärung abgeben, warum sie denn jetzt in den letzten Folgen bei mir nicht mehr vorgekommen ist. Und hier im Wiedersehen übrigens auch von den Seiten von RTL nicht mehr so wirklich. Also, Patricia und Jörg würden im Internet wirklich sehr gehatet. Deswegen habe ich entschieden und deswegen hat auch RTL entschieden, dass es besser ist, sie nicht mehr zu zeigen, damit dieses Haten einfach aufhört. Weil die beiden einfach, wie ich finde, ziemlich sympathisch sind. Aber, ihr habt's gesehen, sie sind immerhin zusammen und das ist doch auf jeden Fall was Gutes. Und wir können uns gleich der ersten Bäuerin heute widmen, denn Loretta freut sich auch nochmal, ihre zwei Ex-Bewerber zu sehen. Also, ich habe mich sehr gefreut, die zwei wieder zu sehen, ja. Wir hatten uns seit der Hochwoche jetzt nicht mehr gesehen und war ein sehr positives Gefühl. Ja? Ja. Also, haben wir keine gebrochenen Herzen am Tisch sitzen oder, Michael, ist doch dein Herz ein bisschen schwer? Nö, das war eine schöne Zeit. Okay, also gab's da leider wohl kein Liebeswunder mehr mit Sascha. Aber der hat dann was wirklich ganz, ganz Großes über die Hochwoche gesagt. Und wir wissen ja, er ist ja sonst eher für seine schlechten Sprüche bekannt, aber das klang ungewohnt ernst. Ich bin ja wahnsinnig dankbar für die Woche. Sie hat mich zurückgeholt ins Leben. Krasse Aussage. Und Sascha hat dann auch noch gleich mal erklärt, was er damit eigentlich genau meint. Und ich weiß nicht, ob ich das irgendwie nicht mitbekommen habe, aber ich glaube, das wurde während der Hochwoche nie so richtig thematisiert. Fand ich aber auf jeden Fall mega interessant. Ich hatte eben vor, circa vor einem Jahr einen schweren Unfall und bin durch das auch eine Zeit lang im Rollstuhl gesessen. Habe dann nicht mehr gewusst, ob ich irgendwann mal richtig laufen kann. Und ein Jahr später bin ich dann mit Loretta über den Hof gelaufen und konnte die Hochwoche erleben. Und das bedeutet mir wahnsinnig viel. Spannend. Und wirft, wie ich finde, auch auf den Menschen Sascha durchaus nochmal ein anderes Licht. Und der, das hat er eben schon angedeutet, sieht die Hochwoche auf jeden Fall als etwas sehr Positives an. Naja, und wenn sie ihm auf seinem Lebensweg weitergeholfen hat, dann war es doch auch einfach gut. Nur seine blöden Sprüche, die macht er in Zukunft hoffentlich dann nicht mehr. Egal, wie es jetzt so ausgegangen ist, Wahnsinn. Ja, das werde ich ja nie vergessen. Schön zu hören, sowas. Dann doch eine schicksalhafte Begegnung. Damit ist auch dieses Gespann abgehakt. Und wir können uns als nächstes ja mal angucken, was bei Theo eigentlich so geht. Denn auch Carola war wieder eingeladen. Und die fasst die Hochwoche völlig zu Recht, sagen wir mal so, mittelgut zusammen. War eine schöne Woche. Hat sehr viel Spaß gemacht. Aber da fehlte der, ja, die Zündschnur einfach. Von seiner Seite kam nicht so viel. Kann nicht so wieder. Nee, schade. Ja. Theo sieht das allerdings ein kleines bisschen anders und erklärt jetzt endlich mal, was eigentlich sein Problem war. Aber, immerhin ehrlich, nur irgendwie frage ich mich dann, warum er Carola überhaupt jemals ausgesucht hat. Sie war halt nicht mein Typ. Wenn sie der Typ ist, dann kommen, nicht der Typ ist, dann kommen halt nicht die Schmetterlinge in den Bauch. Okay, Theo. Aber dann überlegst du dir doch einfach das nächste Mal ein bisschen genauer, bevor du eine Frau eine Woche lang zu dir nach Hause einlädst. Aber egal. Eine Frau sucht er auf jeden Fall in Zukunft. Immer noch. Und ich bin mir sicher, jede normale Person, die diese Staffel gesehen hat, wird sich nicht bewerben. Aber vielleicht gibt es ja irgendjemanden, der sie nicht gesehen hat. Mit der Carola hat es nicht geklappt. Ich bin immer nur Single. Und, ja, ich lasse einfach mir zukommen. Wie es kommt, kommt es. Schauen wir mal. Die Nächsten, die dann angekommen sind, das habe ich mich mega gefreut. Das waren Antje und Arne. Und ganz ehrlich, ich habe es ja schon gesagt. Wenn die nicht mehr zusammen sind, dann fahre ich höchstpersönlich zu RTL und verprügel irgendjemanden. Na, die tun total super auf mich wirken, weil die sind so Herz und Seele. Die necken sich gegenseitig eigentlich so, wie wenn sie schön ein Stück zusammen sind. Es ist eigentlich schön, die zu ihr zusammen zu sehen. Schön. Und auch Inka war richtig begeistert von den beiden und hat dann nochmal einen Satz aufgeriffen, den Antje in der letzten Folge gesagt hat. Und der ist zwar vielleicht ein bisschen schmalzig, aber gleichzeitig halt auch richtig schön. Ja, mein Leben hatte keinen Sinn. Und dann habe ich Arne getroffen. Das ist doch unfassbar. Ja, das stimmt. Also als nächstes wollte Inka dann gerne wissen, und das interessiert mich auch sehr, wann es bei den beiden eigentlich Klick gemacht hat. Und bei Antje war der Funke wohl einfach schon da, bevor die Sendung überhaupt angefangen hat. Also das nenne ich wirklich mal Liebe auf den ersten Blick. Als ich Arne im Video gesehen habe, also auch seinen Text, also ich habe seinen Text gelesen und es hat gepasst. Aber dass das so extrem wird, hätte ich auch nicht gedacht. Ja, dass es so schnell geht, ja. Dass die beiden dann wirklich ein Traumpaar sind, das merkt man auch daran, dass sie einfach komplett gleich denken und manchmal auch gleich handeln. Ich hoffe nur sehr, dass sich am Ende nicht nur ausstellt, dass die eigentlich irgendwie Zwillingsgeschwister sind oder so. Wir ziehen uns um oder so und haben auf einmal die gleiche Farbe an oder so oder den gleichen Geschmack. Oder wir haben so den gleichen Gedanken. Ja, das stimmt auch. Öfter. Dann wurde nochmal ein bisschen nachgeragt, wie es jetzt eigentlich mit dem Zusammenziehen und so aussieht, weil Antje ja eigentlich einen völlig anderen Job hat, der nichts mit Landwirtschaft zu tun hat. Aber an dem Entschluss, den man ja auch schon in der letzten Folge gehört hat, da hat sich gar nichts dran geändert. Ich fange bei Arne an zu arbeiten. Ach, im ganzen Betrieb, in der Firma und allem. Genau, ich bin so ein Mädchen für alles. Toll, das ist ja wunderbar. Und witzigerweise hat dann ausgerechnet das Wiedersehen für die beiden auch eine ganz besondere Bedeutung, denn direkt danach wollen sie erstmal und hoffentlich für immer zusammenziehen. Also nach diesem Fest fahre ich nach Hause nochmal und ich packe meine Katzen ein und dann ist es sozusagen endgültig. Kannst du mit Katzen, Arne? Ja, klar. Ich kann mit ein Tieren. Wunderbar. Ich freue mich so, so sehr. Die beiden haben übrigens auch einen zuckersüßen Instagram-Account. Wenn du mal nach Antje oder Arne und Bausufrau auf Insta suchst, dann findest du die beiden auf jeden Fall sofort. Aber damit jetzt auch erstmal genug der Liebe, denn da kam noch eine ganz besondere Person zu dieser Hofwoche. Nämlich die weltbekannte Helena aus Folge 1 oder wie ich sie immer genannt habe, Carla Kolumna. Also wovon die Helena zu uns gestoßen ist, dann habe ich schon gemerkt bei der Stimmung und die Aura, wo sie ausgestrahlt, da habe ich schon gewusst. Oh je, da ist irgendwas im Busch. Ja, also als kleine Erinnerung. Helena hatte sich vor langer Zeit mal für Theo beworben und zwar für den echten Theo. Es tut mir sehr leid, dass ich Martin irgendwie aus irgendwelchen Gründen, die ich auch nicht genau weiß, die ganze Zeit vorhin Theo genannt habe. Und der echte Theo hat sie dann damals einfach nicht ausgewählt und erklärt jetzt nochmal warum. Ich bin ganz offen und ehrlich, wir haben uns kennengelernt im Scheunfest, haben eine halbe Stunde miteinander geredet und für mich war klar, das passt nicht. Okay und ich muss sagen, ich würde Theos Beschreibung durchaus zustimmen und natürlich gibt es das, dass man einfach Menschen trifft, mit denen man sich keine Beziehung vorstellen kann. Helena sieht das aber ein kleines bisschen anders und hui war die geladen. Gibt es noch was von Ehrlichkeit oder das ist alles von deiner Seite? Ich denke, ich habe da alles gesagt. Dann hat Helena allerdings direkt mal ausgepackt und ich glaube, sie fühlt sich irgendwie sowohl von Theo wie von RTL und dem Format und Inka Bause und der ganzen Menschheit einfach betrogen. Und ich bin ganz ehrlich, ich verstehe sie wirklich so überhaupt nicht. Uff, krasse Äußerung und Helena, es ist natürlich so, Tingo kannte von dir nur ein Brief. Natürlich kann es dann sein, wenn du dich im Real Life kennenlernst, dass er dich nicht ganz so toll findet. Das hat er dann übrigens vor Inka auch nochmal so ähnlich erklärt. Da muss direkt, wenn ich für jemanden überstehe, da muss der Funken springen. Das war bei beiden nicht so und das habe ich von vornherein ehrlich gesagt. Helena wollte das allerdings nicht auf sich beruhen lassen und hat weiter gebohrt und gebohrt und spätestens an dem Punkt, bin ich ehrlich, hat sie mich eigentlich auch nur noch genervt. Bitte, wann hast du dich entschieden? Helena ist nicht für mich. Da gab es mehrere Punkte, wo ich dachte. Eine, bitte nur eine. Das, was mich sehr geschockt hat, deine Art, du hast Ewan direkt niedergemacht. Also das hat mich sehr geschockt. Das ist für mich eine Art, die geht gar nicht, wenn man so explodiert. Hat Theo gut zusammengefasst und Yvonne, das war übrigens damals die andere Bewerberin, hatte ja Helena in der allerersten Sendung mal gefragt, nachdem die gesagt hat, dass sie ein Buch schreibt, worin es denn um das Buch geht und ob man das erfahren darf. Und Helena hat einfach nur Nein gesagt. Naja, wie auch immer. Inka Bause hat dann noch ein kleines bisschen versucht, ein nettes Ende zu finden. Ich glaube, du bist natürlich verletzt und das verstehe ich auch. Ich bin nicht verletzt. Ich bin froh, dass es so passiert, wie passiert ist. Wunderbar, wenn wir uns darauf einigen können. Das ist wunderbar. Wirklich. Wirklich. Und ich finde das toll, dass du dennoch gekommen bist. Dann war Helena plötzlich weg. Die wurde wahrscheinlich aus Sicherheitsgründen von einem 37-Mann-starkem Security-Team begleitet. Und Andrea ist reingekommen, denn das ist ja nun die aktuelle Flamme von Theo. Und von der schwärmt er immer noch genauso wie in den letzten Fallen. Wie ich immer sagte, der erste Moment, wie sie bei mir auf den Hof kam und stieg aus. Ja, die Ausstrahlung, das Temperament merkte ich. Sofort, ja. Zack, da dachte ich, Wahnsinn. Man muss sich halt nicht verstellen und das ist halt irgendwo toll, ja. Und was halt erschreckend ist, wenn ich irgendwas denke, dann ist das oft gleich, ohne dass wir darüber reden, ja. Schön, dass die beiden sich gefunden haben. Ein anderes Nicht-Paar, das in der Zwischenzeit angekommen war, nämlich Mike und Katrin. Ja, bei denen hat es ja leider nicht so gut geklappt. Katrin hat das nochmal aus ihrer Sicht wundervoll zusammengefasst. Ich hoffe, ich spreche für uns beide, dass wir uns eigentlich sehr gut verstanden haben. Wir sind ja auch im guten Auseinander, aber für mich passen einfach zu viele Dinge her. Ja, und soweit wissen wir das ja. Allerdings hat Katrin dann noch was ausgepackt, denn es gab da wohl nochmal ein kleines Treffen mit Mike. Hat zwar nicht viel geändert, fand ich aber dennoch spannend. Wir haben uns auch noch einmal getroffen, sind nochmal zusammen spazieren und essen gegangen. Ja, seitdem aber auch keinen Kontakt mehr. Ansonsten gab es bei den beiden leider aber nichts weiter Wissenswertes. Dann wurde es aber nochmal richtig spannend, denn Jan Hendrik war auch angekommen. Und wir wissen ja, dass es bei dem und Michael nicht ganz so gut geendet ist. Aber Jan Hendrik, der hat wohl immer noch große Gefühle. Ich habe versucht, Michael zu hassen, dass all diese Gefühle einfach wegzugehen. Aber das habe ich nicht hingekriegt, aber ich freue mich hinzusehen. Und die beiden haben sich dann auch ganz lieb begrüßt und sind direkt zu Inka. Und die wollte natürlich auch nochmal wissen, was war denn da jetzt eigentlich los. Und Michael hat nochmal sein Problem erklärt. Ich habe mich so erstickt gefühlt. Und dann sind wir ja auch auf den gemeinsamen Nennern, dass wir halt gesagt haben, wir verbringen mal eine Nacht unabhängig voneinander. Wo ich dann sagte, wenn ich ihn jetzt morgen vermisse, dann bleibt er auf jeden Fall. Und das ist tatsächlich eingetroffen, dass ich mich sehr darauf gefreut habe. Okay, so weit, so positiv. Dann wurde es allerdings ein kleines bisschen komisch. Denn es gab wohl noch das ein oder andere Treffen von den beiden irgendwie danach. Aber auch das ist aus Michaels Sicht nicht ganz so optimal abgelaufen. Wir hatten eine Uhrzeit verabredet, fahr zu mir nach Hause. Und ich sitze da wie bestellt, mit abgeholt, mit Geschenk. Und er verschwindet im Bad. Okay, das ist wirklich ein kleines bisschen komisch. Und die Begründung von Jan Hendrik war, dass er sich dann im Bad noch schön machen musste, weil er davor keine Zeit hatte. Klingt schon ein bisschen komisch. Ich musste was für die Arbeit erledigen. Und das hat länger gedauert, das, was ich dachte. Weiß ich jetzt auch nicht so richtig, was ich davon halten soll. Du kannst mir deine Meinung gerne in die Kommentare schreiben. Aber Michael, der war auf jeden Fall in der Situation gar nicht begeistert. Und spätestens da war es dann für ihn wohl auch einfach vorbei. Ich war sogar noch später da als vereinbart, weil ich ihm nur eine Kleinigkeit besorgt hatte. Und er macht mir die Türe auf. Komm rein. Er verschwindet im Bad und ich sitze da. Er ist einiges älter als ich. Da muss eine Person in seinem Alter reden können. Und das mit dem Nichtsprechen, das stimmt wohl tatsächlich. Jan Hendrik hat dann auch nochmal zugegeben, dass er wirklich einfach nichts gesagt hat, sondern einfach nur im Bad verschwunden ist. Und da muss ich dann ganz ehrlich sagen, auch wenn ich Michael bisher oft nicht verstehen konnte, das hätte ich, glaube ich, auch sehr merkwürdig gefunden. Was ich tatsächlich bereue, ist einfach nicht zu ihm zu sagen, du, ich freue mich, dass du da bist. Ich bin noch nicht fertig, aber ich kann es bis jetzt noch nicht verstehen. Das ist richtig der Punkt. Was dann wieder ein kleines bisschen überflüssig war, fand ich, war, dass Michael allerdings immer noch weiter in der gleichen Wunde rumgepokt hat. Und irgendwie ist Alter und Erwachsensein, glaube ich, für ihn ein wirklich großes Ding. Ich bin Erwachsensein meiner Seite. Ich bin 28, finde ich, für mein Alter schon recht weit. Und dann will ich eine erwachsene Person vor mir stehen haben, die den Mund aufkriegt. Aber trotzdem hat Inka auch nochmal darauf hingewiesen, dass die beiden eine Weile lang wie ein Traumpaar aussahen. Und dass es ja schon irgendwie schade wäre, wenn die jetzt einfach so getrennte Wege gehen. Aber davon wollte Michael dann leider nichts mehr wissen. Also von meiner Seite her, ich schätze ihn sehr. Er findet einen super klasse Kerl. Aber gefühlstechnisch ist das tatsächlich bei mir, ist der Ofen aus. Das ist sein Herz. Und wenn sein Herz ins Sagen, das passt nicht, dann ist das so egal, was das der Grund ist. Okay, damit sind jetzt eigentlich fast alle Paare durch. Aber Anna und Max, die fehlen natürlich noch. Und auch da wollte Inka nochmal wissen, ob die jetzt wirklich immer noch ganz doll zusammen sind. Seid ihr zusammen angereist? Selbstverständlich. Natürlich, wie kann ich nur fragen, oder? Und dass die beiden wirklich richtig glücklich miteinander sind, das hat man dann auf jeden Fall auch nochmal gemerkt. Und davon sind wohl irgendwie sogar beide immer noch überrascht. Aber dass es wirklich so, so positiv ist, hätte ich mir nicht zu erträumen gewagt. Also das war ja das große Ziel davon, aber dass das so kommt, ist ja schon Wahnsinn. Allen Paaren, das habe ich übrigens immer weggeschnitten, weil wir das ja schon kennen, wurden dann nochmal die schönsten Bilder gezeigt. Und die haben Anna gerade ganz, ganz doll gerührt. Max' Augen hingegen sind allerdings furztrocken geblieben. Guck mal, ich habe hier was für dich. Dank Gott. Brauchst du auch Max, oder? Ne, auch noch was. Auch bei den beiden wollte Inka dann gerne wissen, wann eigentlich der Punkt war, als man sich so ein bisschen verguckt hat. Und auch hier war es wieder Liebe auf das allererste Video. Also auf jeden Fall ist er schon mal schon bei der Bewerbung. Mein Gefühl hat einfach gesagt, mach's. Ja, dann auf dem Scheunefest schon. Wir haben uns ja dauerhaft angegrinst schon. Die beiden sind dann übrigens allerdings noch nicht zusammengezogen. Und Anna hat, wenn man so möchte, auch noch ein kleines Geheimnis, auf das hier auch nochmal ganz kurz Bezug genommen wurde. Aber auch mit dem scheint alles super zu laufen. Wie soll's weitergehen? Ich meine, du hast ein Kind. Das will ja alles wohl überlegt sein. Ja, wir treffen uns mit ihrer Tochter dann so mindestens einmal die Woche. Ja. Dass wir uns das so langsam anderen da gewöhnen. Was sagst du zu ihm? Sie begrüßt ihn mit offenen Armen. Und das ist wirklich super schön. Da muss ich übrigens mal ein großes Lob aussprechen, weil ich weiß jetzt nicht, ob RTL das entschieden hat oder Anna oder wie auch immer. Aber ich finde es immer gut, wenn man Kinder nicht im Fernsehen zeigt. Und übrigens scheint die Tochter auch wirklich überhaupt kein Problem zu sein. Denn die beiden können die Finger gar nicht voneinander lassen. Wir haben ja eine Echtwoche. Da sehen wir uns jeden Tag. Wirklich? Ja. Und wenn wir uns nicht sehen, dann telefonieren wir mal. Ist das schön. Ist das Träumchen. Toll. Und damit waren eigentlich alle Paare erstmal durch. Aber es gibt dann immer noch so eine kleine Aftershow-Party, würde ich das jetzt mal nennen. Und da macht man das, was man bei RTL halt immer tut. Saufen. Auf was trinken wir denn bitte? Auf die Liebe. Auf die Liebe. Genau. Und auf alles, was wir lieben. Auf uns. Auf uns. In den vergangenen Staffeln war es dann übrigens auch oft so, dass auf dieser Aftershow-Party doch noch ein kleines bisschen Liebe entstanden ist. Und vielleicht, ganz vielleicht, ist das bei einem Paar in diesem Jahr auch wieder so. Denn Mandy und Michael, die haben sich schon auffällig intensiv unterhalten. Ich habe mich gefreut, dass Michael da ist. Und ich glaube, er hat sich auch gefreut. Ja, klar. Zwinker, zwinker. Zwinker, zwinker. Zwinker, zwinker. Ich habe das rechte Auge. Oh, zwinker, zwinker. Nee, nein, absolut. Also, das war alles zu schön, um einfach zu sagen, Salarie, ne? Ja. Ich fände es schön, wenn ihr euch einfach nochmal trefft. Das war eine Ausnahmesituation. Und vielleicht ist dieser Abend für was Gutes, was ich einfach nochmal trifft zum Kaffee trinken. Ja, auf jeden Fall. Klingt irgendwie schon echt ganz positiv. Und Michaels Blicke, wie ich finde, auch immer ziemlich verträumt. Und die beiden haben, was das angeht, auch einen ganz klaren Plan. Wir haben einfach eine Wahnsinnszeit verbracht. Wir haben jetzt gesagt, treffen wir uns irgendwie im November in einer ruhigen Zeit mal und verbringen mal ein Wochenende, um zu gucken, ist da was, kann was entstehen, geht das irgendwie weiter. Und auch die Bauern, die ja nun leider gar keine Frau gefunden haben, bekamen dann nochmal die Möglichkeit, sich ein kleines bisschen dazu zu äußern. Mike wünscht sich nämlich immer noch seine erste Partnerin. Und du bist aufgeschlossen und hoffst, dass du vielleicht noch ein bisschen Post kriegst? Ja. Und auch Theo durfte sich nochmal Briefe wünschen. Und liebe Frauen da draußen, falls ihr euch überlegen solltet, ihm zu schreiben, tut es lieber nicht, außer ihr wollt einen Arbeitsvertrag. Also ich bin nur Dinge, wenn was wäre, könnt ihr euch verworben bei RTL. Oder nicht? Ja, natürlich. Genau. Und er hat die schönste Bank im Allgäu mit dem schönsten Ausblick der Welt. Okay, das war es jetzt erstmal mit der Folge. Ich habe euch aber noch ein paar Neuigkeiten über Antonia und Patrick versprochen und die gibt es natürlich auch noch. Denn eine große Tageszeitung hat vor einigen Tagen getitelt Antonias sündiger Nacktwunsch. Auf Instagram verrät Antonia in einer Fragerunde auf die Frage eines Fans, ob sie sich für den Playboy ausziehen würde. Ja, auf jeden Fall wäre ich nicht abgeneigt. Ihr wisst ja, ich hatte schon mal einen Erotik-Kalender, den ich vor zwei Jahren rausgebracht habe. Und das fand ich tatsächlich relativ interessant, weil ich kann mir Antonia tatsächlich relativ gut im Playboy vorstellen. Irgendwie sieht sie halt ein bisschen so aus. Und ich glaube auch, sie würde das definitiv machen. Aber da auf Instagram hat sie dann auch nochmal erwähnt, dass Patrick damit auch kein Problem hätte. Aber das scheint sowieso keine so ganz große Rolle mehr in ihrem Leben zu spielen. Denn es gibt dann noch eine andere Schlagzeile. Geliebt, gezofft, getrennt, alles aus bei TV-Bauer Patrick und Antonia. Und ja, tatsächlich, und das haben ja auch einige Leute von euch gestern nochmal gepostet, ist es wohl so, dass die beiden sich getrennt haben. Wundert einem nach dem Sommerhaus jetzt ehrlich gesagt auch nicht. Und die beiden haben auch ein relativ langes Statement auf Instagram rausgegeben. Aber ich bin ganz ehrlich, es ist stinklangweilig und deswegen lese ich euch das jetzt nicht vor. und stelle stattdessen eine ganz kleine kurze Behauptung auf. Denn Gerüchten zufolge dreht RTL jetzt gerade im Moment eine neue Staffel von Prominent getrennt. Und irgendwie könnte ich mir vorstellen, das Ganze ist nur ein PR-Stunt. Aber das werden wir dann bestimmt im neuen Jahr irgendwann gemeinsam herausfinden. Und ich hoffe, du hast auch Lust, mir so lange die Treue zu halten und jetzt kostenlos meinen Kanal zu abonnieren. Und falls du dich fragen solltest, was es jetzt hier in nächster Zeit gibt, ich möchte gerne mit euch nochmal nach Österreich zum dortigen Bauersuchfrau. Kann allerdings noch nicht ganz versprechen, ob das wirklich rechtlich klappt. Aber ich gebe mein Bestes und ich will mir demnächst mit euch auch ganz gerne nochmal die neuen Hochzeitsfolgen von Narumol und Josef angucken. Denn die haben in Thailand wohl nochmal geheiratet. All das und noch einiges mehr wird es hier also auf jeden Fall auf dem Kanal geben. Und deswegen würde ich mich jetzt noch sehr über eine positive Bewertung freuen. Und wenn du mir einen Gefallen tun willst, kannst du dir auch sehr, sehr gerne nochmal die Kanalmitgliedschaftsfunktion angucken. Aber all das musst du jetzt streng genommen sowieso wieder tun. Denn sonst gibt es nie wieder eine Staffel Power sucht Frau. Das war's nicht genau. Bis zum nächsten Mal.